Servus Leute und willkommen zu einem neuen Börsen-News-Update auf dem Finanz-WG-Kanal. Ich werde mich heute mal mit euch wie immer mit den wichtigsten News des Tages beschäftigen. Wir fangen auch mal direkt an. Wir schauen noch mal kurz rein beim amerikanischen Light-Index, und zwar dem Dow Jones. Und zwar ist dieser auf einem neuen All-Time-High. Gestern gab es sehr gute Zahlen wieder. Der Dow Jones hatte plus 0,5 Prozent. Das ist super. Er befindet sich hier auf einem neuen All-Time-High. Und das ist natürlich auch etwas gegeben durch diesen Aufschwung, durch das Billionenschwere-Hilfspaket. Das ist ja klar. Das sieht man auch hier nach diesem kleinen Absturz hier auf die unter 31.000 Punkte. Also hier 30.900, 30.800 Punkte sind wir dann geradezu straight nach oben und sind jetzt wieder bei fast 33.000 Punkten und somit auch auf einem neuen All-Time-High. Ja, dann fangen wir auch direkt mal an. Beziehungsweise bevor wir anfangen, noch mal kurz eine kleine Sache. Und zwar haben wir gestern, beziehungsweise heute Morgen, eine Aktienanalyse hochgeladen zum Nano-Repro. Das ist ein sehr interessantes Unternehmen. Die verkaufen Tests aller Art, also Schnelltests für zu Hause und für auch professionelle Anwendung. Und die haben in den letzten 30 Tagen über 400 Prozent Kursgewinn gemacht. Finde ich doch ziemlich interessant. Und falls ihr genaueres über das Unternehmen wissen wollt und warum die jetzt überhaupt so eine starke Kursentwicklung hatten, dann schaut doch gerne auf unsere Aktienanalyse vorbei. Die haben wir heute Morgen hochgeladen. Also das ist quasi das letzte Video vor diesem Video jetzt. Ja, dann fangen wir auch direkt mal mit der ersten News an. Und zwar hier mit Booking. Das wollte ich eigentlich mit reinnehmen. Die haben nicht wirklich eine News, aber das ist schon ganz interessant, finde ich, im Vergleich zu anderen Reiseunternehmen. Ich ziehe das hier gerade mal groß. Da sieht man ja hier den Pandemie-Drop. Und die befinden sich gerade wieder auf einem neuen All-Time-High. Und warum ist das so? Weil ich finde das ziemlich interessant. Und zwar Booking separiert sich natürlich wieder ziemlich stark von den anderen Reiseanbietern. Und das ist natürlich klar, weil Booking ist ein perfektes Beispiel für ein Unternehmen der Neuzeit, würde ich sagen. Und zwar sieht man ganz klar die neuen oder die standardmäßigen Tourismusunternehmen, die jetzt stark unter der Krise gelitten haben, wie zum Beispiel Fluggesellschaften oder Reisegesellschaften wie TUI oder Karneval. Aber auch geradezu genau, wie ich gesagt habe, Fluggesellschaften wie zum Beispiel Lufthansa. Die haben natürlich stark unter der Krise gelitten. Oder auch Airbus, die sind ja krass abgeschützt, über 50%. Und Booking hat natürlich nicht drunter gelitten. Warum? Weil sie auch selbst nichts besitzen. Und das liegt halt auch daran, sie sind nur eine Seite dafür, Reisen zu buchen. Und besitzen selbst nichts. Das heißt, sie sind nur der Dienstleister dafür, diese Reise online buchen zu können. Und demnach haben sie natürlich nicht so starke Verluste wie die Reiseunternehmen, die da wirklich praktische operative Sachen haben, wie zum Beispiel Flugzeuge, Hotels, Kreuzfahrtschiffe. Und das alles, das haben die natürlich alles nicht an Kosten. Dementsprechend ist ja, ich weiß nicht, ob man das erkennt, hier an der Seite, der Umsatz von denen ist natürlich eingebrochen, im Gegensatz zu 2019, wo der Umsatz noch 15 Milliarden war, war im Jahr 2020 natürlich nur auf 6,8 Milliarden. Ist ja klar, ich meine, ist hier ein Bilderbuch-Einsturz. Aber das Ding ist, der Nettogewinn war auch bei 59 Millionen plus. Das bedeutet, sie haben keinen Minus gemacht. Und die anderen Unternehmen wurden ja staatlich subventioniert, um überhaupt zu überleben. Was ich dann schon ziemlich krass finde, ein krasser Unterschied von einem Unternehmen, was wirklich nur die Dienstleistung als Software anbietet, im Gegensatz zu dann wirklich einem Unternehmen, was dann die Dienstleistung erbringt. Ja, dann kommen wir auch mal direkt zur ersten News, zur ersten richtigen News. Und zwar, nachdem VW ja gestern auch schon gute News hatte über das Sparprogramm, haben sie sich heute auch nochmal geäußert. Also der Vorstand hat sich geäußert dazu, dass 2020 eigentlich ganz gut ausgegangen ist. Und sie dadurch aus diesem Krisenjahr mit einem Aufschwung oder mit Aufwind rausgehen. Und sie wollen jetzt auch weiter auf Standardisierung setzen. Sie haben das auch so gemacht, bei den Verbrennermotoren haben sie Teile standardisiert. Und das soll jetzt auch mit der Batterietechnologie und mit Software für Elektroautos passieren. Somit sollen also quasi noch mehr Kosten gespart werden. Und das lässt sich natürlich am Kurs erkennen. Und wie ich auch schon gesagt habe, hier gab es ja diese ganz kleine Konsolidierung. Und mal schauen, ob das jetzt ein nachhaltiges Breakout ist. Aber wenn, dann schafft es VW auf jeden Fall jetzt hier erstmal wieder auf über die 200-Euro-Marke. Das letzte Mal war ja etwas her, 2015, beziehungsweise ja hier Anfang 2015 war das. Und wenn wir uns jetzt mal wieder in Richtung dieser Marke begeben, wir sind hier auch schon drüber. Bei diesen 187.000 gab es nochmal einen ordentlichen Widerstand, der hier auch angetestet wurde, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und ja, da begeben wir uns jetzt erstmal drüber, weil VW hat jetzt durch und durch gute News gehabt. Sie starten jetzt auch durch mit den ersten Elektroautos, die ganz gut ankommen, die für die Stadt tauglich sind. Und das sind auch auf jeden Fall ziemlich gute News. Auch gerade in Bezug auf die gesamte deutsche Autobranche, die sich da mal in den Elektroautomarkt jetzt auch ordentlich einbringt. Dann kommen wir auch als nächstes zu einer News von Zalando. Und zwar hat Zalando heute Zahlen rausgebracht. Und die Zahlen waren ziemlich gut. Zalando machte im Jahr 2020 126 Millionen Euro mehr Gewinn als im Vorjahr. Das bedeutet, sie hatten im Vorjahr 100 Millionen Gewinn, hatten im Jahr 2020 226 Millionen Euro Gewinn, was schon ziemlich stark ist, muss man sagen. Klar, sie haben natürlich durch die Krise auch enorm profitiert. Auch durch das Weihnachtsgeschäft, was ja dann auch nochmal geschlossen wurde, wo man dann online einkaufen musste. Und sie konnten ihren Umsatz auch auf 8 Milliarden Euro steigern. Das ist auch schon ziemlich stark. Das ist etwa 25 Prozent Steigerung. Und sie erwarten jetzt bis 2025 einen GMV. Das ist ein Brutto-Warenvolumen. Das bedeutet, der Wert aller verkauften Waren soll bis 2025 auf 30 Milliarden Euro im Jahr steigen. Was schon ziemlich stark ist. 2020 waren es 10 Milliarden Euro, beziehungsweise Euro-Markt, also Warenwert. Und das wäre schon eine ziemlich heftige Steigerung, dass sie das quasi bis 2025, das heißt in fünf Jahren, verdreifachen wollen. Bin ich mal gespannt, wie diese hochgegriffene Prognose dann ausfallen wird. Aber wir haben hier auch bei Zalando, wenn wir uns nochmal das Chart-Technik anschauen, einen super Bounce gesehen. Sowohl von der 200-Tage-Linie als auch von diesem, ja ich zeichne es mal ein, horizontalen Support hier. Ich weiß nicht, ob man das hier gerade erkennen kann. Das ist eine bisschen unfassende Farbe. So, und bewegt sich hier weiter nach oben in Richtung der 100-Dollar- beziehungsweise 100-Euro-Marke. Der Tag heute war ja auch schon wieder ein guter Aufwind. Hier plus 4% ist auf jeden Fall stark. Dann kommen wir auch direkt mal zur letzten News, und zwar zu Xiaomi. Und zwar ist Xiaomi ja die letzten zwei Tage enorm gestiegen wieder. Allein in den letzten zwei Tagen hatten wir hier Kurslevel von 14% sind wir gerade. Und wir befinden uns auch gerade an einem kleinen Widerstand, deshalb macht der Kurs hier wahrscheinlich einen kleinen Stopp. Und warum, woran liegt es, dass Xiaomi jetzt so krass hochgeht? Und zwar liegt es daran, dass Xiaomi drohte ja die US-Sanktionen, also mit den Sanktionen ein Verbot auch für amerikanische Investoren und wahrscheinlich auch ein Stück weit den Markt von Amerika, der dadurch dann natürlich auch nicht gerade gut beeinflusst wäre. Und das wäre natürlich super schlecht für Xiaomi gewesen, und dadurch sind sie ja auch enorm abgestürzt in letzter Zeit. Aber diese Sanktionen wurden jetzt erstmal auf Eis gelegt, denn ein Richter sprach ihnen eine, oder bestattete ihnen eine einstweilige Verfügung zu gegen diese Sanktionen. Das bedeutet, diese Sanktionen können erstmal nichts gegen Xiaomi tun. Und es ist dennoch auch wahrscheinlich, dass diese Sanktionen ganz aufgehoben werden, denn die Regierung unter Joe Biden hat sich ja auch schon andere Sachen angeschaut, also das Vorgehen gegen beispielsweise TikTok oder WeChat, das wird sich auch nochmal angeschaut. Und das sieht man natürlich auch hier an Xiaomi dann ganz klar an diesen Sanktionen, die jetzt erstmal nicht mehr greifen. Und davon profitiert der Kurs natürlich in den letzten Tagen enorm. Ja, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Like da. Ansonsten schaut gerne bei unserer Nano-Repro-Aktienanalyse vorbei, wie schon am Anfang des Videos gesagt. Und ja, das war es dann von mir. Bis dann. Ciao. Ciao.